Shiro Otsuri Omosako 56 cm frischer Sansai Weiglich. Auch den haben wir als Vorseite gekauft, hat sich sehr gut entwickelt. Shikyatsumi hat auch am Kopf unterliegt, hat hier noch eine schöne Zeichnung hier. Er wird zum Ende relativ gut, wird auch groß, auch ein Kandidat für 75 bis 80. Hat sehr schöne Flossen, hat kein Motto Gurgor an den Flossen, ein sehr schönes Gesamtschild der Fisch. Leider auch hier unterm Kunstlicht sieht man das Weiß nicht, der ist schön weißer da, gute Automobilität.